Hallo zusammen, ich bin Sima von Singer Deutschland und bin auch StarTree Stipendiaten und ich möchte euch ganz kurz von einer meiner wichtigsten Erfahrungen erzählen, die ich von meiner Zeit mit StarTree rausgezogen habe. Und zwar, als ich am ersten Tag angekommen bin mit meiner Idee, wofür ich mich beworben habe, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das nicht ganz zu mir passte und überlaufen der Wochen hatte ich ein zweites Idee, die bei mir entwickelt hat und als ich das mit den verschiedenen Workshop-Leitern besprochen habe, dass ich eigentlich meine Projekte in eine andere Richtung ziehen möchte, aber nicht so ganz sicher war, ob das geht oder ob ich das machen sollte, habe ich die richtige Motivation bekommen, um das einfach zu machen und dank dieser Eindrücke und dieser Support habe ich den Mut bekommen, um doch das zu machen, was mir im Herzen liegt und zwar eine inklusivere Gesellschaft zu gestalten, in dem Neuankommen und vor allem Geflüchtete zusammen mit den richtigen Ansprechpartnern aus ihrem Beruf verknüpft werden.